Das ist ein Mittagessen, da müssen wir schauen, was wir machen. Jeff! Was hat Jeff hier? Das ist alles Salami. Jeff kommt aus Belgien und hat sein eigenes Essen mit. Und sein eigenes Brot. Das sind nur Holländer. Für Holländer, für zwei Wochen. Wenn wir oben in der Schneesturm sitzen, haben wir Essen dabei. Sein Wohnwagen ist hier. Das ist die Türe von Wohnwagen. Und das Toiletto ist da. Es dreht hin und ab. Und das ist sein Chauffeur. Und Ski Guiding. Jeff! Er kommt auch aus? Belgien. Ganz genau. Belgien. Landes. Landes Ski. Okay. Und wir haben heute Fackel auf. Was ist das? Und hier sind die Fackeln. Ganz dreckig. Und hier ist die Jäuse. Das ist auch dreckig. Und Österreich ist ein Vogel. Das ist die österreichische Katze. Vogel. Da vorne ist die Katze. Ah ja. Wir haben Manuel gefragt. Okay.